Was geht ab Freunde? Stefan hier von FIFIFA und herzlich willkommen zu einem weiteren und wahrscheinlich auch zum letzten Pack Opening zu dem diesjährigen Team des Jahres. Wir haben hier noch einmal diese 100.000 K-Packs und da sind 24 Spieler drin, alle Gold, alle selten, das heißt einfach nur das Beste vom Besten. Besser geht's nicht. Dann haben wir noch hier die 35.000er Packs. Ich würde sagen, wir machen uns warm, ziehen eins hiervon und danach gehen wir auch direkt zum 100.000er Pack. So, ich bin gespannt, was ziehen wir in diesem ersten Pack. Vielleicht haben wir schon den ersten Team des Jahres Spieler drin und es ist Ashley Cole. Kein schlechter, eine sehr gute Gesamtbewertung. Ich muss ganz eben wieder ganz kurz den Fernseher leiser machen. Ashley Cole geht ja gar nicht mal so schlecht los. Pepe ist auch kein sehr schlechter. Haben wir hier noch Kanu, vielleicht ist der auch was wert. Ansonsten De Gea und ja, das war es eigentlich auch soweit schon. Es sei denn, wir haben vielleicht noch ein Duplikat, aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Ja, und wir können momentan das ganze Team des Jahres ziehen. Es ist jetzt nicht so, dass wie zu Beginn der Woche erstmal nur die Verteidigung, dann das Mittelfeld und dann der Angriff zu ziehen ist. Nein, jetzt können wir einfach alle Spieler ziehen. Und ja, das wäre natürlich überragend, wenn wir gleich davon einziehen werden. Ich muss jetzt hier ganz eben noch ganz schnell das alles hier zum Verein hinzufügen, beziehungsweise auf die Transferliste. eventuell mal gucken, wie ich das jetzt bei dem 100.000er Pack machen werde. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, da werden wir einfach alle Spieler zum Verein hinzufügen oder so wie auch immer. So, und jetzt geht es los. Das 100.000er Pack. Ich gucke einfach, ich gucke nicht hin. Ich gucke nicht hin. Und wen ziehen wir? Es ist... Eto, ja, Eto, kein schlechter. Mal gucken, was haben wir sonst noch so? Higuain, und... Ah... Naja, also davor habe ich mir ehrlich gesagt etwas Besseres erhofft. Die haben hier Eto, der ist nicht schlecht, den nehmen wir auf jeden Fall dazu. Carrick wird alles nichts wert sein. Maggio auch nicht. João Moutinho einfach auch nicht, würde ich sagen. Hier haben wir zwar Bussu, Verein, 5-Sterne-Skiller, Blasikowski nehmen wir auch mal dazu. Die werden wahrscheinlich alle nichts mehr wirklich wert sein. Bia, Biani, ja, auch nicht. Ja, dem Ikeles Boateng ist kein schlechter, aber da habe ich mir eigentlich ein bisschen was mehr erhofft. Eto natürlich, der wird vielleicht noch so 20.000, 30.000, 40.000 Münzen bringen. Also so schlecht ist es nicht, da gibt es wirklich... Habe ich in Internetpacks gesehen, die waren schlechter, aber auch welche, die waren wesentlich besser. Und ja, wir würden, ich würde sagen, wir ziehen jetzt einfach noch ein bisschen was hier. Eins hier fahren, wir hatten ja eben Ashley Cole hier drin. Und mal gucken, was wir jetzt drin haben. Ich werde auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich werde ich das, ich weiß nicht, wie ich das vom Uploadplan machen werde, eventuell noch ein 100.000er Pack fürs, äh, für die Pack-Road-To-Gloade. Marco Reus! Hammer, Marco Reus! Ach du Scheiße, Marco Reus! Leute! Und ich wollte schon eigentlich aufhören nach diesem, äh, Dingens-Pack, äh. Und dann ziehen wir hier diesen Marco Reus. Überragend, Freunde, überragend. Da haben wir auf jeden Fall die Münzen wieder drin. Marco Reus! Ja, das ist wirklich ein geiles Pack. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Marco Reus, dass wir hier noch einen von denen ziehen. So, was haben wir sonst noch? Verträge? Wir packen jetzt einfach alles, würde ich sagen, zum Verein hinzu. Wie geht das überhaupt alles in dem Verein? Sein Marco Reus, da hat sich das Ganze ja doch noch gelohnt. Sodass wir da ein bisschen Plus gemacht haben, würde ich sogar sagen. Ja, soweit war es das jetzt von diesem Pack-Opening. Falls ihr auch noch ein Pack-Opening machen wollt, schaut bei unserem Sponsor MMOG an. In der Videobeschreibung nach, dort findet ihr alles. Ja, das war jetzt ein bisschen schnell. Aber ihr kennt das ja, ähm. Ja, soweit war es das jetzt von mir. Macht's gut, bis dann, haut rein. Und ciao! So, wir ziehen jetzt dieses 100.000er Pack. Und Freunde, wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Was ziehen wir? Komm, bitte ein blauer. Ein blauer.